Hey, schön, dass du das hier siehst. Das hier ist mein letztes Video für dieses Jahr, deswegen jetzt schon mal ein frohes Neues. Aber bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich noch eine Sache loswerfen. Eine Sache, die in meinen Videos oft ein bisschen untergeht, aber eigentlich sehr wichtig ist. Bestimmt hast du dieses Jahr irgendwann mal neue Technik ausgepackt, vielleicht sogar jetzt erst an Weihnachten. Ein neues Handy, Kopfhörer oder eben wie hier ein neues Tablet. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass sowas zu meinem Kanal dazugehört. Technik auszupacken, euch zu zeigen und allgemein ein bisschen näher zu bringen. Aber bei so viel Technik vergisst man manchmal, dass das alles was Besonderes ist. Die Folie von einem Handy abziehen, Zubehör für das neue Tablet auszupacken, das alles. Denk immer daran, dieses Stück Technik wertzuschätzen, was du in der Hand hältst. Es ist was Besonderes. Und ich freue mich natürlich besonders, wenn ich auch im nächsten Jahr auf dich zählen kann. Mit allem, was die Technik so hervorbringen wird.